Unser lieber Franz Barz, der diese schönen Harmonikas erzeugt, ist heute selbst da und bespielt die größte Harmonika, die wir jemals gesehen haben. Das ist wirklich unfassbar, 85 Zentimeter ist die hoch, hat insgesamt 122 Tasten und da kann man zwölf Touren drauf spielen. Das heißt, der tourt sich ganz besonders leicht, auch bei den Pratermusikanten mitzuspielen. Beim Steuermatt Frühschocken, da sind die Pratermusikanten mit dem lustigen Franz, bitte sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik